Los, beschwören wir Bamsus. Ja, ja, komm, Bamsus gibt's gleich. Ist aber mega heiß hier. Da muss ich mich aber unten und oben rum ausziehen. Mach's einfach mit dir Schotten. Einfach drunter nix tragen. Ich finde es schön, dass unsere damalige Bürohilfe bei GameCity übrigens das Kostüm geschenkt hat, nachdem du gekündigt hast. Als großes Abschiedsgeschenk. Auch ungewaschen. Das Kostüm war mal irgendwie so eher weiß-gelb. Mittlerweile ist es gelb. Braun-gelb. So. Eher unangenehm. Das ist einfach seit sechs Jahren in diesem Kostümfundus gewesen. Es wurde nicht einmal gewaschen in sechs Jahren. Da steckt auch schon mal Felix Rick drin. Ich dachte, ich habe das überschwitzt. Habe ich nicht. Jedes Mal, wenn ich reinsteige, habe ich etwas Felix Rick an mir. Das ist zwar geil, aber es ist auch etwas befremdlich zugleich. Halb Sonntag. Gibt es das in ganz Deutschland eigentlich? Ja, klar. Das gibt es auf der ganzen Welt. Christentum nimmt sich ganz schön wichtig. Christentum ist ganz schön ätzend. Das nimmt sich ganz schön wichtig. Ich finde das auch nicht gut. Christentum ist ein Problem. Robin, Jackbox. Okay. Gibt es noch Würstchen? Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist die Würstchenparty vorbei. Wir sollen was für Essen bestellen. Ja, definitiv. Willst du auch was für Essen bestellen? Ich habe eigentlich was von einer Lasagne gehören. Die kann ich ja später machen, wenn es hier vorbei ist. Aha. Okay. Ja, aber die Lasagne reicht nicht für viele Leute. Da können die Kinder hier mal die Fresse halten. Ich habe halb Sonntag ihr Arschgesicht an. Ich will wieder die Nackten sehen. Ja, bestellt mal Essen. Was bestellen wir denn? Hilfe. Hilfe. Waren nur Robins Vermieter. Der wohnt da hinten. Echt? Ja. Wie läuft das denn mit Vermietern so? Kommt die auch abends mal vorbei bei dir? Wir trinken mal zwischen den Kaffee. Die fahren immer Probe lang hier. Also wenn sie denken, du siehst es nicht, dann fahren sie immer mit dem Auto hier lang, fahren dann so ganz langsam vorm Haus und fahren dann halt weiter. Drive-by. Ja. Drive-by angucken. Sind die alt? Nee. Die sind jung. Die sind so 40? Ja, aber die ist ja schon relativ alt. Sagst du mit... Ja, ich bin der Älteste hier im Raum. Deswegen sollte ich auch am meisten Mitspracherecht, was die Einschätzung von Alter von Menschen betrifft, haben. Denk ich. Also wenn du sie als 40 einschätzt, dann sind sie mindestens 50. Und dann sind sie schon sehr alt. Und in der Garching-Hood, ja, einen kleinen Drive-by zu fahren, das ist schon kein Kavaliersdelikt. Da muss man schon mal eventuell auch die oberste Bürgerpflicht, nämlich die Polizeikundgabe, ausrufen. Und einfach mal sagen, Leute, so geht das nicht in Garching. Weil das ist ein sicherer Ort hier, an dem ich mich wohlfühle. Ich habe keine Lust, Nina, gleich nach Hause zu gehen und erschossen zu werden auf dem Nachhauseweg. Du gehst erstmal nicht nach Hause, sondern putzt, mein Freund. Können wir ein neues Spendenziel anmachen? Oder... Putzfrau. Und wenn du mit deiner Zunge den Boden leckst... Mit deiner... Mit deiner Zunge... Mit deiner Zunge... Oh, mein Junge! Oh, mein Junge! Njacht mich, Stirring! Oh, we got sound! Oh, we got sound! Oh, wir brauchen Khandis! Ey, ich putze euch... Ich putze euch gerne die komplette Wohnung, weil ich habe es ja... Ich habe es ja verdient, eigentlich. Wir können noch eine Runde Twister spielen. Dann bist du richtig gut. Ey, Twister bin ich tatsächlich... Ich bin so steif wie eine Eisenbahnschwelle. Ich bin so beweglich wie ein... wie ein kasachischer Turner. Wir können zusammen Yoga machen, Flinzi. Nee, ey. So, jetzt geht es gleich los, oder was? Ich habe Yoga, ey. Ich mache da nur den sterbenden Hund. Yoga, lol. War flame. Daher kommen wir noch mit gesund ernähren. Vegetarisch. Heute ist ein sehr schöner Tag, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Ich habe nur noch 29% Akku, aber das reicht noch für viel Spaß. Ich habe noch 10, deshalb bleibe ich mal zuerst, ne? Ich habe 50. Da muss man aufpassen, dass nicht deine ganzen Nacktfotos übertragen werden. Ja, Leute, nackt putze ich nicht. Nackt putze ich nicht, aber ich putze. Nacktfotoskandal, was? Die Brüste wollte ich nicht sehen. Ich finde es immer schwer, dass wir heute immer wieder bei Cripplash schlagen. Aber haben wir schon gesagt, dass wir Cripplash spielen? Ja, haben wir schon. Cripplash ist schon der Gewinner. Ja, alles andere ist sehr schwer. Übrigens, nochmal kurz die Regelvergabe. Cripplash, ja? Geht auf jackbox.tv, seid schneller als ich, lockt euch ein. Fuck! Oh Gott, oh Gott, Bambi. Schneller, schneller, schneller. Oh, mein Gott, sie hat verkackt. Ach, Bambi. Na, bitte, 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 bitte. Wie geht das denn nochmal? Du kriegst Prompts und tippst sie ein, der Rest ist selbsterklärend. Ah ja. Bitte auf Deutsch. Nur auf Deutsch. Keine Englischen. Keine Englische Scheiße. German? Please, only German. The question you could ask is English. But please, only German. Ich glaube mittlerweile, mittlerweile hat sich auch schon jeder darauf eingestellt, dass es mindestens zwei Anläufe braucht, bis ich es auch in den Kanal reinschaffe. Ja, I did it, yes. You see? You see? Oh ja. I did nothing more. Yes, yes. Wum, 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 wum. Webber, Discord Party, Rainer, Weh und Pocky. Es ist immer mindestens ein Rainer mit dabei. Ein Rainer ist dabei. Ein Rainer ist immer mit dabei. Was man richtig stark war? Alblali war richtig stark. Alblali war echt stark. In der ersten Runde, der war richtig stark. Das stimmt. Achso, ich dachte, er redet über den richtigen Alblali. Der war ein High-Performer. Der war ein High-Performer. Bruno auch schon. Bruno, es tut mir leid. Ich entschuldige mich hiermit persönlich bei dir. Es tut mir leid. Denkt an Roomcode WSTO. Damit könnt ihr alle mitspielen. Oh, 20 Euro für einen neuen Teppich. Immer diese Männer. Danke, Ferrela. Ferrela. Danke schön, Ferrela. Hier ist die Bro-Fist. Hier ist die Teppichfaust von Robin. Die Teppichfaust. Okay. Jetzt müsst ihr deliveren, ne? Nicht clever. Ich hab meinen Einsatz gehört. Deutsch. Deutsch, Freunde. Nochmal. Deutsch, Deutsch. Genau, alles auf Deutsch, bitte. German. Deutsch. Hm. Okay. Okay. Grace Bichimura. Adolfus Bambergus. What? Broiler. Nochmal Broiler. D. H. Was ist denn los? Dth. Das macht die Audience. Achso. HZ HD HD HD. Es klingt danach, dass die Leute sich abgesprochen haben, irgendwie. GT GT. Zocolorio Schlau. Sehr schön. Ha. Aham. Kennst du das Gefühl? Da hat sich wer abgesprochen mit den Antworten. Aber es ist nur so ein Gefühl. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird es wieder bitter, bitter, düster und böse. Ich mag es bitter, düster und böse, was? TRIPPER. Für Great Grandmas Favorite Dildo oder Sackläuse. So viel zum Thema, wir schreiben alles auf Deutsch. So viel zum Thema Deutsch, ja. Aber TRIPPER geht sehr Richtung Sackläuse, deswegen sind Sackläuse. TRIPPER geht wirklich sehr Richtung Sackläuse. Ich habe nur gesagt, TRIPPER und es wurde Sackläuse gesagt. Ah. Und das andere ist Englisch, also hat es kein Wort verdient. Oh. Oh. It's, 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 it's same stand, wie man auf Englisch sagt. Same stand. Haha. Okay, next one. It's a bird. It's a plane. Oh, wait. No, never mind. Nein, it's just blank. Durchfall, Mann. Der dringend nötige Bierstiss. Okay. Okay. Vielen Dank fürs Folgen. Chaos Once. Chaos Once. Gibt es auch Chaos Twice? Ja, das musst du Chaos Once erst mal fragen. Chaos Me Once, Chaos Me Twice. Ja. Shame on you. Wir haben heute tatsächlich sehr viele neue Leute akkumuliert, aber wir haben auch sehr viele alte Leute reakkumuliert, muss man dazu sagen. Guck mal, der Rainer Winkler Durchfall machen. Da gönnt er sich die Punkte, der Rainer. Er hat ja sonst nichts. Er hat ja sonst nichts. War knapp. War knapp. War wirklich knapp. Werber, es ist überhaupt kein Problem. Wir haben genug Runden noch. Wir haben genug Runden noch. Alimente, Alter. Komm, Dome und ne Stulle. Traut euch. Komm, Dome zu mir. Komm, legen wir euch mit mir ran. Komm, Dome finde ich eigentlich. Ja, aber ich meine, es ist doch wieder der Mann mit der MN-BN-Schwäche. Er stirbt. Hast du es? Wow, Flitz. Ja, aber nicht absichtlich. Ja, ja. Ich habe das Handy von Flitz an der MN-Schwäche. Ich habe sehr große Wurstfinger. Dadurch komme ich drüber. Aber hat er gewonnen. Hat er gewonnen, hat er flutzt es schon, Alter. Alimente, Alter. Ich fand es ganz geil. Es musste schnell gehen. Ihr wisst mir das wohl. Killerkampf, Brownie. Danke fürs Folgen. You need a new roar verlegt. Das ist schon oft passiert. You need a new roar verlegt. Also Robin, you look like someone who needs a new roar verlegt. Das ist wunderschön. Ich nehme das andere, weil ich es nicht lesen kann. Schwuppdi, wuppdi, schwupp, wappa, kompensator, was? Schwuppdi, schwupp, 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 kompensatorgerät. Meine Güte, das ist doch nicht so schwer. Ich habe für Robin bestimmt. Oh, das war scheiße. Oh, die gucken immer so traurig, wenn sie wenig Punkte bekommen. Das kann mein Herz nicht abhaben. A disturbing thing, to see your kid making out of clay. You, but with a knife in your butt. Roter Rubin. Beide sehr disturbing. Ich glaube, Leute, wir müssen noch mal Fahrt aufnehmen. Wir müssen heute noch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen, was Cripplash betrifft, oder? Meinst du? Ich glaube, ich glaube, ja. Was heißt denn Fahrt aufnehmen? Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Noch mehr? Da muss man wieder ein bisschen mehr wie vorhin kochen. Roter Rubin war von dir. Ja, war von mir. Hat nicht gewonnen. Schade. Unter anderem das, was ich mit. Da muss noch mal mehr kommen. Da müssen wir noch mal Fahrt aufnehmen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wo Tombo? Keiner Winkler. Wer des Bikes oder Klingonen? Ja. Ja. Geht rein jetzt. Es ist nicht so, dass wir das beeinflussen können. Du musst einfach schnell sein. Ja, ich wollte gerade sagen. Du musst einfach schneller Motherfucker sein. Und wenn du nicht gerade ich bist, für den der Raum beliebig oft resettet wird, wenn du es nicht rein schaffst, dann musst du einfach schnell sein. Was? Voten, 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 voten. Was? Gib mir den Blackmagic. Du hast einen Mini. Ja. Ist auch okay. 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 Oh, jetzt bin ich gespannt. Beides sehr, sehr gut. Ciao. Leider ist eins davon von mir, dass ich gar nicht mit abstimmen kann. Oh, Jackbox TV ist nicht reichbar. Oh, schade. Werder Winkler hat gegen mich gewonnen, leider. Sex haben, um die Nazi zu bekämpfen. The mythical Motomo Penis. Oh, ist beides gut. Aber gab es Motomo schon in den 40ern, ist die goldene Frage. Ich glaube, so alt war er nicht. War er nicht irgendwie 20 oder so? Wann, 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 wann war denn das Dschungelbuch? Später. Oh, nicht später. Aber ist das Dschungelbuch nicht aus der Zeit? Nee. Ich glaube, das fängt alles aus 50er, 60er an. 60er? Nicht der Zeichentrickfilm zumindest. Dann muss es ja Sex haben und die Nazi zu bekämpfen sein, rein zeitlich gesprochen. Aber auch wieder knapp. Möffi können wir aus dem Motomo Penis. Ich habe nicht geglänzt. Dschungelbuch 1894, alles klar. Danke, Tim. Ach, Flöns. Die Frage hatte deutlich mehr Potenzial, Peter. Das stimmt. Okay, also jetzt mal Rabenschwarz. Jetzt wird es interessant. Bei mir ist schon halt wieder alles weg. Ihr wolltet es schwarz, ihr bekommt es schwarz. Oh yeah. Oh yeah. Sobald wir beim Jackbox Party Pack sind, haben wir immer mehr Zuschauer. Wir sind schon um 193 gerade. Das ist unfassbar. Vielen vielen Dank für diesen wunderschönen Geburtstag, liebe Leute. Woo! Nein, 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 profane. 3, 2, 1, I lost. Oh, 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 oh. Bier verschenkt. Wenn du dich nicht am Waschstich hältst, du stinkst. Ich habe mein Favorite. Da. Hash-Wasch-Stich. You should automatically be arrested if you Bier verschenkst. ich habe einen feld ich frage mich wie viel die zuschauer getrunken haben weil die fragen waren am anfang des tages deutlich kreativer als gerade die antwort nicht gefragt ich bin der einzige der progerät gewonnen was los jetzt bin ich gespannt hat die pilz gehe für die muschi was hier los gerade das ist das ist das ist ein neuer sprech den kenne ich noch nicht den kenne ich von heute von mir das muss von nina sein aber so das antipilz gel es ist nicht das antipilz gel ist antipilz es gab nur ein minus zu vergeben natürlich wow dankeschön kripplisch confirmed ja das ist dort pilz und muschi drin antipilz gel für die muschi das bezieht sich auf katzen total domination drei wörter nicht schlecht egal wer es war ich hoffe du schämst dich gerade ich hoffe du schämst dich in grund und boden ich finde es aber gut ist einfach anachin was drei wörter digger tag der offenen tür drei wörter tag der offenen tür sehr gut discord party vier gleich drei konfirmt ich habe tatsächlich auch an irgendwas in die richtung gedacht also nein das funktioniert ja nicht im flühen ist ein nasepsekret gut eine nasepsekret die ist mein handy typ gicht oder deine augen bier gicht ne das war ein typ gicht wow ey dem flit sein nasensekret hitler ein kiss mit hitler drauf ich würde mich mega freuen über den kissen von hitler mit hitler was warum was kannst du denn mit kuscheln wenn ich nicht da bin next on that what a bad undercover cop posing as a team says wicked ey dudes das ist voll knorkel ey hoch den rock rein den flock vorne geh rein mit AI natürlich ok wow lange so sind wir bei rabenschwarz angekommen hoch den rock rein den flock ne rein mit AI wichtig jetzt spiel Rainer ja natürlich so ne Rainer B und die zuschauer so ja ich nehm äh die anspielung das ist so deutsch das nehm ich entschuldigen sie bitte kommen sie um meinen sex dungeon zu warten ok ok aber vielleicht wissen sie nicht was dungeon heißt audience war aber auch mal voller wobei wahrscheinlich ist die audience voller und deshalb ist die audience kleiner auch noch vom wir Kind du mit du mit da wurde ich vor das wurde abgeschickt. Der Fluencer hat es gesehen. Was? Die Rose ist von mir, ist richtig fertig. Obwohl ich eingezahlt habe. Also er hat es gar nicht abgeschickt. Ich gebe zu, dass ich gesehen habe, dass schon Latex im Text steht oben. Darum habe ich einfach nochmal Latex draus gemacht. Jo, es war der Gagball, ne? Ja. Wahre. Jetzt bin ich gespannt. Fickfresse mit Klostein. Ich bin für No Answer. Fickfresse mit Klostein. Und irgendwo da draußen sitzt gerade Fickfresse mit Klostein. Oh, not again. Fickfresse mit Klostein. Oh, Flötschen im Gleichstand. Ja. Fickfresse mit Klostein. Aufgeregt. Der Druck, ne? Ja. Fickfresse mit Klostein. Fickfresse mit Klostein. Fickfresse mit Klostein. Das ist bestimmt alles mit vorne oder? Ja. Cornhub ist schon nicht schlecht, Cornhub ist ziemlich gut, also Cornhub ist schon gut. Tentacle-Hentice? Okay. Mich befriedigt nur Popcorn imahn.us, ja. Ist von Robin. Mega gut, wie ich es falsch mal gelesen habe und du es sofort verbessert hast. Nein! Der Witz geht so! Ja, aber ein Witz, den man erklären muss, ist scheiße. Ja, das man mich nicht lesen kann, ist nicht mein Problem. Das Alpha Telefon Münster kann ich das ja mal beibringen. Mice-Space? Mice-Space ist sehr gut. Mice-Space ist schon ihn. Tentacle-Hentice macht keinen Sinn. Ehrlich auch. Corncola. Cornicornyshaws.com bin ich aber auch gut. Unicornsexparty.com Witz, hier kommen die Metallen. Brons! Hier ist das Silber. Und Gold. Lass uns die Metallen zu holen, um zu Punkte zu holen. Mice-Dirty-Hobby. Mice-Dirty-Hobby. Mice-Dirty-Hobby ist ziemlich gut. Ja. Mice-Dirty-Hobby ist ziemlich gut. Mice-Dirty-Hobby ist ziemlich gut. Mice-Dirty-Hobby ist ziemlich gut. Das ist nicht sehr befriedigend. Der Brocki gönnt sich. Der Brocci. Schmummti-Wo-Schwippschежag. Kompensator-Gesicht. Ginn. Ja, eine Runde geht noch, ne? Eine Runde geht noch. Haben wir denn für danach noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Also Slime-Sun fassen wir nicht mehr an, oder? Das trauen wir uns nicht. Ich glaube auch, mein Computer fällt gerade aus dem letzten Loch, ehrlich gesagt, nach dem fast 10 Stunden Stream. So, deshalb. Dann versuchen wir doch noch mal eine Runde. Krönen jetzt den All-Time-Champion, überlegen uns noch mal, ob wir vielleicht noch mal auf Twitter gucken, wer eventuell einen Key gewonnen haben könnte. Nein, es geht schon wieder weiter. Leute, ihr müsst mir das doch sagen. Es geht nicht weiter. Ja, du musst, glaube ich. Ich muss was machen. New players. Ich kann was twittern, was witzig war. I can do things. So, was haben wir denn? O-I-S-T. Nee. VIP. Boist. Katja, krasser wie? Katja? Katja, Rasewi. Bist du nicht drin? Rasewi. Er hat die rechtzeitig abgeschickt. Sorry, ich habe es wirklich eingegeben. Ja, ja. Ja, ja. Ich kenne das. Ich kenne das Gefühl. Flo. Das hat dieses Scheiß... Flo, das kann jedem mal passieren. Ich finde, wie viel Internet hier in Garching. Ja, ist das nur. Wenn du im Plattnet bist, hier, in Casa del Rottmann, oder wie es heißt. Rottland, hallo. Entschuldigung, Casa del Rottland. Ist trotzdem Plattnet. Oh, oh, oh. Da bin ich, ne? Sitze. Kursbad. Leighton, Gary und Pock. Entritt Bambi. LOL! Oh, der Kevin. Ich habe es abgeschickt. Aber es ist nicht durchgegangen. Wofür braucht die denn immer so lange? Alter. 20 Sekunden Vorsprung. Ey, ich habe es auch noch mindestens nach 5 Sekunden abgeschickt. Kann man nichts machen, ey. CK. Du hast mich gerade Vorze genannt. CK Vorze. Oh nein, ich habe es falsch geschrieben. Ja, es geht nicht. Ich bin neuer fucking VIP. ZV. Ich habe auch Bambi gehört, weil er VZ gesagt hat. Ja. Ja, Bambi, gut gemacht. Oder? Alle drin? Nee. Ich flirte es nicht. Bei mir hat sie es gerade resettet. Ja, es ist nicht so einfach. Freunde, ich sag euch das. Ihr tut so, als wäre das hier Larifari schittlich fick fick. Aber es ist nicht so einfach, hier schnell diese vier Buchstaben einzugeben. Lefüffen. Was? Nein, jetzt öffnet sich bei mir eine Website. Oh, Bambi, bitte. Oh, Scheiß. Ich habe das bis jetzt jedes Mal geschafft, Bamberger. Ey, Nina, du bist halt auch mega gut und mega talentiert. Danke, geht doch. Wie ist Muti? Cooler Paule. Malte K. Und der Fake, nun. Geht doch. Und der Rest geht ins Publikum. Die Vicky hat den smarten Vorschlag, nämlich das Bild ausblenden, während wir uns alle einloggen. Ja, ist aber Aufwand. Ja, aber das hat die... Dann muss ich Vicky jetzt mal loben. Ja? Oh, ich trüge noch eins, ne? Soll er geil. Was, da noch eins? Wo, 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 wo. Philipp? Ja, hier gibt es noch eins. Ah. Nicht, bitte. Trinket. Attention, audience. While you wait for these annoyingly slow players, why not try the audience play along? Gardon. Gardon. Schoko, Knoblauch, Pfeffer. Bier, Pech, Wurst, Finat, Anal, Blutungs, Blut. Brot. Kotze, Brokkoli, Gülle. Ey, Brokkoli ist lecker. Hallo, Mama, ich bin im Fernsehen. Hahaha. Alle drei Bildtodes. Alle Maler, Aquamaler. Spiel gut, ey. Brech ihm die Beine. Brauchst du auch? Ich hab's, es gibt keine Pivetten mehr. Ja, dann gönn doch die hier. Die gönn dir, Alter. Wieso gibt's keine Pivetten mehr? Es sind doch noch zwei, drei da. Es gibt keine Javay mehr. Ja, es gibt dann nur das andere. Das gönn ich mir nicht, ey. Dann gönn du dir das Javay und ich nur das andere. Hier, jetzt macht mal voran da. Sache wärm, ey. Wenn Grandma nits you a scarf, it's really rich. wenn's really rich. Wenn Grandma nits you in Sack wärm oder ein Kondom. Ich hab dir ein Kondom gehäkelt. Nicht, dass du ein Kind kriegst, ja? Hast du einen Öffner noch bei dir? Ja, klar. Oder? Der Sackbämmer war von dir. Ich kenne das Gefühl. Wenn der Sack haltest, kennst du das Gefühl. Hab ich immer an, im Winter. Your next prompt is You know you're old. When you're at a bar, and the bartender asks you Blank. Waren Sie das? Waren Sie das bei der Wehrmacht? Das ist schon... Also ich finde beides gut, aber die... Waren Sie das bei der Wehrmacht? Das ist schon sehr, sehr gut. Grumpykev macht's gut. Tschö Kevin! Aber nicht der Kevin, ne? Ja, aber er heißt bestimmt Kevin, weil er heißt Kev. Wahrscheinlich schon. Ey, Maite K ist am Start. Maite K war... Oh, Puller Pauli einfach mal weg, ey. Waren Sie das bei der Wehrmacht? Unangenehme Fragen. Okay, ich hab den Gras wieder gesehen, in der Bar. Hab ich gefragt, waren Sie das bei der Wehrmacht? Rechts schreit Robin, also links. Bitte was? Rechts schreit Robin, also links. Ich mag das, ich mag das, wie du Robin mittlerweile so lesen kannst. nach einer Sache ist gefragt. Aber Robin braucht zwei. Deswegen, deswegen tippe ich auf. Das wäre riesig. Prostitution war super gewesen. Oh, wow. Herzlichen Glückwunsch, Herr Rottmann. Das war dumm. Gibst du ihm mal das Handtuch? Ja. Ein rotes Handtuch. Übergeben. Ich sehe. Dankeschön. Drei Strikes, du bist bei Games-Welt-Praktikant. Da war mir die Lacht, dass der Praktikant von ihm... Aber Apu Red in einem Video ist natürlich auch. Sehr nah. Ich gebe Bambi mal die Punkte. Sehr nah. Ja, muss ich auch. Three Strikes und you're my Games-Welt-Praktikant. No. Ey, wenn man halt über seine eigenen Witze lachen kann, das ist ein schönes Leben. Du meinst immer an. Ja, natürlich. Das ist er von Bambi. Der Wortklang, sich das einfach mal so auf Deutsch, Englisch zusammenzulesen, so ist einfach hervorragend. Ah, schön. Das ist ja übrigens auch kein einziger Game, das Globalspruch, das wutert mich ja. Ja, im Nachhinein hab ich mir gedacht, boah, das wäre ein Mist-Opportunity so, aber... Wow, Powerboy. Wähle Bull, unseren Reiterchen oder Franz und Kohlstein. Franz und Kohlstein? Das ist beides gut. Oh nein. Das ist beides wieder gut. Der wilde Bulle und sein Reiterchen ist natürlich ziemlich gut, weil Bulle und so... Ich hätte gerne Franz und Kohlstein, Doppelpunkt, der wilde Bulle und sein Reiterchen. Das wäre der perfekte Titel eigentlich. Oh. Oh. Ach, guck mal. Die Leute wissen eben, was jut ist, nicht? Ja, aber Franz und Kohlstein war auch... Das war beides gut. Franz und Kohlstein ist auch ziemlich gut gewesen. Ey, beides zusammen perfekt. In Kooperation. Ja. Und Kohlstein war nicht das Pferd. Danke für die Punkte, Michael Bamberger. Ja, bitte. Wann dir da Cheeseburger? Ja, natürlich. Weil hier aber 20 Chicken Nuggets sind in der Sorge sein können. Tim Hoffmann hat mir neulich ne Geschichte erzählt, dass er einfach in die Kamerataschen in den Big Mac reingepackt hat und am nächsten Tag oder zwei Tage später wurde der gefunden. Ist doch mega geil. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Einfach ein Sneaky... Boah, ich hätte jetzt super Bock auf die Gäude Möwe, ne? Alter, ein Sneaky... Wir wollten Essen stellen, nun. Ja, stimmt. Wir können aber auch mit dem Auto... Zu Gäude Möwe fahren, ne? Oh, das wär schon... Ach ja, fahr mit dem Haufen. Liefert mich... Liefert mich bei den Nuggets ab. Wir nehmen dich morgen schon mit, hab ich gehört. Also, sei mal freund. In your job, you don't need a bulletproof West, you need a... Wenn du mit uns gefahren bist. Spermaproof West. Und Alkoholproof West. Spermaproof West? Und wo du arbeitest, ne? Das ist halt die Frage, ne? Das ist halt die Frage. Ey, E-Sport am besten nie ohne. E-Sport am besten nie ohne Spermaproof West. In der Alkoholproof West wäre aber echt mega nice. Dann gäbe es hier auch nicht so viel aufzumischen. Ja, stimmt. Ja? Also, bei der Wahl zwischen Sperm und Alkohol, dem die Meister und dem wo Sperme. Ja, kann ich aber stehen. Sperma ist auch okay. Ist ja kein Tabu-Thema. Nö, Sperma ist okay. Ganz vorsichtig glücklicherweise nicht mehr, ne? Also... Gelber Mutombo, Super Mutombo. Nice, Leute. Nice. Wow. Okay, okay. Also, ich glaube, der Super Mutombo ist gruseliger als der gelbe Mutombo, ehrlich gesagt. Von daher gewinnt der Super Mutombo. Kommt drauf an, welcher gelbe Mutombo ist. Es gibt auch einen On-Crack. So wäre es auch sehr gefährlich. Super Mutombo. Super Mutombo ist der rote, der dich aufsaugt. Ich finde es immer gut, da sind zwei Leute. Und ich weiß nicht, ob hier einer von uns dazu gehört. Aber es sind zwei Leute, die kriegen die Frage, was ist gruselig in der Höhle zu finden. Und die Leute denken instant an Mutombo. Das ist... Weißt du, wenn die Leute jetzt unsere Sachen kaufen würden stattdessen. Stattdessen Mutombo. Ihr Fake-Num und Puller-Paule. Ja? Gut gemacht. Ihr seid ordentlich gebrainwashed von uns. Ihr habt genauso viel Angst vor Battletoads wie wir. Das Ding ist halt, gelber Mutombo ist auch richtig. Aber Super Mutombo ist gruseliger. Rund 1 ist over. Let's check the scoreboard. Ja, da ist hier punktlos los. Guck mir an, Alter. Da haben wir nicht so geowned, Alter. Da reihen wir uns nahlos zwischen... Oh, darf ich hier kreativ sein, jetzt? ...zwischen Bibis Booty und... ...und wem auch immer ein. Ja. Oh nein, ich hab... Oh nein. Dann kann ich zurück. Ich hab auszusehen auf Senden gedrückt. Ja, ja. Das ist schade, ne? Ich hatte eine super Idee. Ich hatte eine super Idee. Hat mir leider... Hat mir meine dicken Finger leider verwehrt, die gute Idee. Schade. Not painting anything, but for bad. Robin. Geht dich nicht an. Nackter Mutombo zwischen Robin und Bambi. Battletoads. Aktporträt einer Schildkröte. Donald Trump. Omas Aktbild. Was da alles los ist. Deine nackte Oma. Was da alles los ist, ey. Dein Bemude. Dein Bemude. Das ist wieder die bekannte BN-Schwäche. Das Hentai-Monster aus Blup. Kann man das Wasser auf dem Tisch trinken? Geschnittenen Boden. Ja, kann man. Da ist noch nicht rein uriniert. Das ist ein Stück auf. Bras und Ziller. V-Hobel. Dota Joker. Gabriel Knight und seine Haare. Adolf. Donald Trump. Auf zum dritten oder vierten Mal inzwischen. Papas Schamhaar Busch. Papas Schamhaar Busch. Das sind jetzt die Antworten vom Chat, oder? Okay, ich verstehe. Chat, ihr seid hervorragend. Papas Schamhaar Busch. Beim Pipi missen, Battletorts durchspielen. Ey, meine Punkte für das Wortspiel. Mississippi Pipi missen? Finde ich, ist sehr abstrakt. Ja, aber ist schon okay, weil es ist ein lustiger Wortwitz. Ja, ja. Battletorts durchspielen, ist halt unmöglich. Von daher. Ich weiß nicht, wie hoch die Eintrittshürde bei Mississippi ist. Ist die Austrittshürde auch so hoch? Ja. Oder höher? Nee, ist unversucht. Schade. Unser Favorite warste. Ich wollte es eigentlich auf Englisch schreiben, aber es war ja falsch. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gelotine statt Aschenbecher oder eingebautes Baguette ist beides gut. Einfach so eine kleine Mini-Gelotine. Mit dem Auto. Weißt du, wenn du einen Finger amputieren möchtest, schnell beim Schalten vom zweiten in den dritten Gang so. Dann kannst du mal schnell. Die Mini-Gelotine. Das ist mega gut. Die Gelotine? Ja. Die Guillotine. Mir scheiße gehalten, wie das heißt. Frankreich ist dumm. Also. Zum Finger abschneiden. On the go. Ja. Knapp. Knappe Kiste. Knappe Kiste. Ist schwer, war beides gut. Da gewinnt, da gewinnt Bibis Booty ganz knapp. Ganz knapp. Aber wirklich, so close. Oh, jetzt wird es, jetzt wird es böse. Oh, hinten retarded und kommen Trümmerfrauen und Flak-Helfer. Wow. Ich stelle mir gerade so die Werbung vor. Trifft dich jetzt auf Trümmerfrauen und Flak-Helfer. Trümmerfrauen. Es tut mir leid, dass ich dafür meinen Vote abgeben. Trümmerfrauen 69. Es tut mir super leid, dass ich dafür meinen Vote abgeben muss. Lock dich bei Flak-Helfer ein. Lass mich drin. Deine Trümmerfrau sein. Alter, Fake Luke. Ich hoffe, du schläfst heute Nacht richtig schlecht. Trümmerfrauen und Flak-Helfer. Aber es ist lustig, weil es auf Leute ab 80 zutrifft. Guck mal, Kai-Ta. Entschuldigung. Übrigens hier, wenn Lars Ulrichs Drop-Seite entscheidet oder Rotweihund. Es sollte Rotwein und Schlaftabletten heißen übrigens. Leider war mein Finger ein bisschen schneller als mein Kopf. Rotweihund. Jetzt hier nicht entschuldigen, dann kriegst du nachher noch Punkte, die dir nicht zustehen. Ich meine, nein. Lars Ulrich, Lars Ulrich, Lars Ulrich gewinnt völlig zurecht. Aber es sollte Rotweihund und Schlaftabletten heißen. Aber wieso Lars Ulrichs Blamstix? Warum nicht? Ist doch okay, ist vom Bambi. Ja, geil. Zehn Leute haben Mitleid. Rotweihund. Schleimer. Zehn Leute können auch nicht richtig lese und schreiben. Rotweihund. Wir waren wahrscheinlich gespannt, was die Geschichte noch so preisgeben könnte eventuell. Was ist Vergewahlregung? Dicke, die immer gehen. Und warum bist du aus der Schule geflogen? Ja, ich habe Massenvergewaltigungen betrieben. Vergewahlregungen. Vergewahlregungen. Schön. Ich habe die komplette, ich habe den kompletten Pazifik vergewahlregt. Aber ich mag, die schwarzen Outfits sind zu Arsch betont. Großes Ausschlusskriterium in dem Fall. Natürlich ist es von dir. Bibis Bude ist auf Maitis Seite. Der Rest ist eher bei Nina. Oh boy. Den Robben bei Battletoads machen oder no answer. Ja, dankeschön, Puller-Paule. Vielen Dank, Puller-Paule. Den Robben. Vor allen Dingen den Robben machen. Robben, du hast deinen Ruf weg. So, ist halt, ist halt so, ist halt so. Zikaner oder glasierte Kroketten. Ey, Fußball-King, du kannst jede Runde mitzocken, aber ich glaube, das ist unsere letzte, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube auch. Sie liegt leider nicht in unserer, in unserer Macht zu entscheiden, wer mitspielt. Es ist so eine, so eine First-Kampf-First-Serve-Geschichte. Genau. Es sei denn, du bist Bambi, dann kriegst du so viele Chancen, wie du brauchst. Guck mal, Vicky macht auch, äh, gleich in aller Traditionen Rechtschreibfehler. Es fehlen die mit dir am schellsten Sitten. Ja. Eine Gewahrigung. Schnell ist ein Sitten. Die Vicky, äh, schreib schneller als ihr Schatten. Was? Okay. Bambi hat Spaß. Alter, wasch dich. Boah, wie krass braun der Bambi schon wieder ist. Was ist denn da los? Das ist graulach, ne? Ja, ist Dreck. Wasch dich. Wasch dich. Oh, eine Muschel. Warum wolltest du das? Das war's. Warum wolltest du das? Warum wolltest du das, Alter? Was ist los? Ich kenne nicht viele Leute mit einer Flints-Uniform und einer SK-Mütze. Tja. Oh, 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 Robin. Ne, Nina. Nina einfach auf Platz 1. Oh, da war's. Oh, man. Oh, Gott. Oh, natürlich. Acrolasche. Acrolanche. Was ist Acrolasche? Oh, Gott. Äh... Elio? What? Oh, shit. Ja. Ja. Wird noch getippt. In Villabajo wird schon gespült, ja, und in Villariva wird noch getippt. Das ist Spüli-Werbung. Und hier ist was du getan hast. Award your medals. Label... Was? Label... I'm... Label-Nein-Mode. Lüstene Internisten operiert, find ich gut. Leckereien im Ohrenschmalz gewinnt bei mir leider. Du hast ja drei, du hast ja drei. Lieber im Osten... Danke, Funky. Lena ist oben ohne auf... Ich find auch Lesben in Ostern wirklich sehr gut. Lena ist oben ohne auf Bilder im Internet lol. Ja. Das macht vollkommen Sinn. Okay, Robin. Sind die Votes raus? Ja. Achso, man vergibt Bronze, Gold, Silber. Genau, Gold, Silber, Bronzen. So smart war ich nicht. Boah, ich bin ganz gut dabei, tatsächlich. Boah, das sieht nach lüsternen Internisten aus. Fake-Loop, ey. Liebe Mos. Lütschende Insel-Oberst, das hab ich gar nicht gesehen. Lüsternen Internisten operieren ist der Gewinner auf jeden Fall. Lena ist oben ohne im Internet lol. Boah, ich bin noch auf dem letzten Platz. Fake-Noob-Owned ist. Fake-Noob-Owned ist mit der letzten Frage. Er hol da einfach mal 4000 Punkte raus. Wahnsinn. Ey, das Ding ist so, ich weiß, das sollte eigentlich unsere letzte Runde sagen, aber eine geht noch, oder? Echt noch? Echt noch? Echt noch? Echt noch? Und dann hören wir auf. Wie wäre es, wenn ihr vorher mal twittern guckt? Ja. Ja, eventuell sollten wir das tun. Robin. Na gut. Wie wäre es zum Beispiel, der Tati hat geschrieben, suchst du Action, Spannung, Spaß und Spiel. Hier zur Colores ist dein Ziel. Mit Bambi und Robin vor der Cam begeistern sie Menschen nah und fern. Das ist schön. Wuhuu. Das ist ein gutes Gedicht. Aber worauf hat sich fern gereimt? Und die Corbett hat einen scheiß Kuchen für uns angezündet. Ja, das ist kein Gedicht. Ein angezündeter Kuchen, Corbett. Aber der Kuchen ist ein Gedicht und man sagt das doch auch so, weißt du? Oh, dieser Kuchen, der schmeckt ja als ein Gedicht. Der schmeichelt in meinem Gaumen. Oh. Ich weiß nicht, du hast zu den Kuchen Ketten oder hast du einen Kuchen gesagt? Wahrscheinlich zu beiden, weil ich ein verfressenes Stück Scheiße bin. So, Robin, was gibt's da noch? Was ist da noch los? Ähm, ich glaub das war's. Wir haben glaub ich nur ein Gedicht. Wir haben ein Gedicht nur? Also das ist ganz schön traurig, ja, ihr Menschen. Wow. Das ist verdammt traurig. Wollen wir einfach Gedichte aus dem Twitch? Ne, das ist superschwierig dann hinterherzuschicken. Das ist mega scheiße. Das muss schon auf Twitter sein, oder? Das muss schon auf Twitter sein. Das muss schon auf Twitter sein. Das muss schon auf Twitter sein. Also, bitte Leute, es geht hier um ein Spiel, es kostet euch Geld. Pass auf. Wir haben so...